So, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum guten Morgen Börse, heute gemeinsam mit XTB. Es ist Dienstag, der 22. August 2023 und wir wollen uns heute einen Blick hin auf Zoom. Nach den Earnings gestern nachbösslich waren echt stark. Initiale Reaktion war auch bullish, aber nichtsdestotrotz, wir müssen mal schauen, ob wir auf der Oberseite wirklich so viel Raum haben oder beziehungsweise ob die Earnings so stark interpretiert werden, dass wir in der Lage sind, über ungefähr 74, 50, 75 Dollar zu brechen. Das sind starke Widerstandsregionen, die sich dort herauskristallisiert, mit allerdings der Unterstützung des breiten Marktes, der sich so ein bisschen beginnt aufzuhalten. Besonders die Qs, also beziehungsweise der Nasdaq 100, haben jetzt eine leichte Tendenz an der Gegenbewegung auf den Weg gebracht. Das ist ein zartes Pflänzchen, noch ist nichts gewonnen. Aber nichtsdestotrotz, also man kann erste Indizien erkennen, dass da vielleicht jetzt eine Gegenbewegung anstehen könnte, beziehungsweise zumindest, dass die Bullen nach dem Abgabedruck, letzte Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, so ein bisschen anfangen, dann doch federn lassen zu müssen, beziehungsweise sich zurückziehen und dass die Bären eben, also dass die Bären zurückziehen, beziehungsweise dass die Bullen dann entsprechend eben so ein wenig aufbekehren und das könnte natürlich dann übergeordnet auch Zoom so ein wenig beflügeln. Bevor wir darauf schauen, ganz detailliert, natürlich erst der Blick auf den Risikohinweis und dann alle weiteren Details. Die Vision CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem, ohne Risiko einher schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste ihn dann risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständiger Risiko und Weiß auf xdb.com.de. Darüber hinausgehend, uns gerne die Möglichkeit, den deutschsprachigen Kundensupport querstrich die deutschen Büros anzutelefonieren und hier in Kontakt zu treten, sollten Fragen in irgendeiner Form zu xdb als Broker aufkommen, beziehungsweise ganz besonders zur Einrichtung der Handelsplattform, der xStation, zur Produktpalette und dergleichen. Also diesbezüglich steht dort das deutsche Büro den entsprechenden Anrufen mit Rat und Tat zur Verfügung. In einiger Sache ganz kurz der Hinweis, alles was ich jetzt hier präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen, sondern rein edukativ und informativ verstehen. Man kann gerne Fragen stellen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos, wenn man sich die Aufzeichnung anschaut, aber bitte nichts interpretieren oder missverstehen als Anlageentscheidung, das ist es an keiner Stelle, es ist rein edukativ und informativ dieses Event. Hier haben wir die Kontaktdetails von xdb. xdb ganz kurz als Broker vorgestellt, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe hier zugeführt haben, finden sich hier in der Mitte aufgelistet. Hier einmal ein Flaggschiff, ein Grund, ein potenzieller und die Flaggschiff-Plattform, nämlich die xStation 5. Und genau auf die wollen wir jetzt hier einen Blick werfen und gleich einen Blick werfen auf den Zoom-Chart, der sich alles andere als wirklich prickelnd darstellt, ehrlich gesagt. Hat sich anders als beispielsweise der Nasdaq oder auch der S&P 500 bzw. der Spider-Queues bis dato jedenfalls im Jahr 2023 nicht sonderlich stark dargestellt. Jahreseröffnung können wir erkennen. Jahreseröffnung kommt rein ungefähr in diesen Gefilden hier, in denen wir aktuell gestern in die Earnings für das dann abgelaufene Quartal eben reingekommen sind. Also kaum eine positive Performance ausmachbar. Jahresbeginn sah noch vielversprechend aus. Scharfer Pull-In, neue Jahrestiefs, viel Jahrestiefs sogar. Und wenn man den Chart ganz stark zusammenstaucht, dann stellt man fest, dass wir weiterhin einen regelrecht zerschmetterten Titel hier vorfinden, der erstmal in Anführungsstrichen heilen muss, so möchte man es vielleicht bezeichnen. Aber die Earnings waren vielversprechend, die wir jetzt gesehen bekommen haben. Und vielleicht ist das der Beginn einer einsetzenden Bodenbildung, eines Versuchs in irgendeiner Weise, sich aufzumachen zumindestens mal, wenigstens die Juli-Tiefs zu attackieren. Ich lege jetzt mal den 50er EMA hier an dieser Stelle in den Chart, 50-Tage-Linie, der erstmal offenbart, dass wir, wie wir es hier erkennen können, gestern noch unterhalb schlossen, jetzt aber rüber gappen dürften. Und so, was wir dann allerdings sehen wollen, darüber hinausgehend wäre, aus dieser Phase, im Hinblick auf den Wochenchart beispielsweise, was wir sagen, 40er vielleicht an der Stelle, der EMA 40 auf Wochenbasis in irgendeiner Form, der zurückerobert wird. Wir können sehen, der kommt ungefähr, können wir hier sehen, in diesen Bereich rein. Also das wäre ein erstes zartes Pflänzchen, das sich anfängt, dieser Modus aufzuhellen. Und dann könnten wir noch weitere EMAs drüberlegen, zum Beispiel den EMA 20 und auch den EMA 10 auf Wochenbasis. Den mache ich jetzt vielleicht mal, ich weiß nicht, ich mache den grün, ja, dann hebt er sich so ein bisschen ab, auf jeden Fall. Dass wir auf jeden Fall anfangen, eben hier so eine aufsteigende Tendenz ausmachen zu können. Das in Verbindung mit einem Halten, dann oberhalb des EMA 50 auf Tagesbasis beispielsweise und dann auch kurzfristig mit einer Rückeroberung EMA 65, das ist die 5-Tage-Linie ungefähr, könnte man sagen, ja, das ist ein Indiz dafür, dass wir jetzt in eine Bodenbildungsphase übergehen, übertragen, dass es in eine Akkumulationsphase abgeschlossen ist und dass wir dann eventuell von dem nächsten Leck oder Mark abstehen, so würde das, glaube ich, Brian Shannon an der Stelle als technischer Analyst, würde der das so bezeichnen, dass wir eventuell ausgehend hiervon dann einfach einen Momentum auf der Oberseite zu sehen. Da sind wir aber noch relativ weit von entfernt. Also das einfach mal zum übergeordneten Bild, wo wir aktuell stehen. Jetzt würde man sagen, ist das wirklich nötig an dieser Stelle, dass wir uns hier den Wochenchart anschauen, beziehungsweise, dass wir uns auch das übergeordnete Bild so vergegenwärtigen. Okay, auf der Tagesebene macht das Sinn, aber Woche ist das wirklich nötig. Ich denke, es kann durchaus Sinn machen, besonders wenn man solche niedergeschmetterten Titel sieht, weil man sich natürlich auch die Frage stellt, sehen wir schon jetzt hier dann auch deutliche Tendenzen seitens institutioneller Kräfte, diese Aktie wieder ins Portfolio nehmen zu wollen und dann aus dieser Akkumulation in diesen Markup-Modus überzugehen. Und ausgehend hiervon ergibt sich natürlich auch mit der entsprechenden institutionellen Frage ein entsprechend zu erwartendes Momentum, was dann aufgenommen wird. Und das scheint noch ein bisschen früh an dieser Stelle, was mich dann so ein bisschen zurückhaltend werden lässt. Jetzt erst mal im Hinblick hier auf das Insgesamtbild. Wir schauen mal ganz kurz auf die Zahlen übrigens. Also hier sehen wir Zoom, vielleicht heute auch Baidu von Interesse, aber unser Fokus liegt heute hier auf Zoom. Wir blicken ganz kurz einmal hier auf die Earnings durch die Bank weg, besser als erwartet, mit Ausnahme des erwarteten Umsatzes jetzt für das derzeit laufende Quartal. Der liegt leicht unter der Erwartung, aber auch nur leicht unter der Erwartung. Sonst war das durch die Bank weg, waren das überzeugende Zahlen und auch für das vollständige Jahr, für das vollständige Geschäftsjahr, erkennen wir hier an dieser Stelle eine Guidance im Hinblick auf den Umsatz, der über der Erwartung reinkam. Also ich will nicht sagen Crushing, aber wirklich starke Earnings. Und jetzt passiert eben was ganz Interessantes im nachbörslichen Handel. Wir können uns das hier anschauen, kostenlos über Market Watch im After-Hour-Screener. Wir sehen Zoom, ZM ist das Tickersymbol, 4,5 Millionen Stücke gehandelt, Gap Up von 3,79, Gap und in Gefilde bis 70 Dollar ungefähr. Zwischenzeitlich haben wir sogar einen Push darüber zu sehen bekommen. Und das ist eben jetzt so ein bisschen der Schlüsselbereich. Wenn man sich nämlich dann das Volumen so ein wenig anschaut an dieser Stelle und auch den durchschnittlich bezahlten Preis geankert auf diese Veröffentlichung der Earnings, dann wird man feststellen, dass der ungefähr um 71 Dollar lag. Bedeutet für mich konkret gesprochen, wenn wir in der Lage sind zur Eröffnung heute ab 15.30 Uhr, vielleicht auch in der Vorbörse, müssen wir mal abwarten, wie sich die europäischen Indizes jetzt im Hinblick auf den Nasdaq und dergleichen präsentieren, sind wir in der Lage, über 71 zu halten. Ist nicht auszuschließen, dass wir wenigstens einen sogenannten Momentum Drive oder eine vielleicht dann auch leicht trendigere Bewegung vielleicht in Richtung hier dieser Region um die Julio zu sehen bekommen. Das ist der Bereich Roundabout um 74,50, 75 Dollar auf der Oberseite. Und dass wir dann gegen diesen Bereich erstmal schauen wollen, wie sich der Modus darstellt. Also wer Momentum Drives zur Eröffnung, in der Zoom zur Eröffnung eben auf den Weg bringt, der findet meiner Einschätzung nach im Bereich 74,50, 75 eine stärkere Widerstandsregion, gegen die Teilgewinnmitnahmen mindestens, eventuell sogar eine Komplettreduktion der Positionen gegeben ist vor dem Hintergrund der starken Widerstandsregion. Und sollten wir dann in der Lage sein, über diesen Bereich zu brechen, über 75, könnte dann auch weiteres Momentum sich eben der herauskristallisieren, welches uns zunächst in Richtung der Jahreshoch führte, 83,84. Das erfordert dann aber auch wirklich ein zunehmendes Interesse seitens größerer Kräfte, institutioneller und ein deutliches Aufhellen des übergeordneten Bildes. Und das bleibt, wie gesagt, an der Stelle abzuwarten. Also das bedeutet, auch wenn die Earnings stark waren, würde ich jetzt noch nicht die Bäume in den Himmel wachsen sehen. Sehe die Gefahr, dass wir im Bereich erstmal um 74,50, 75 Schwierigkeiten bekommen. Sollte ich mich irren, sollten wir drüber brechen, ist weiteres bullisches Potenzial mir Sicherheit gegeben. Übergeordnet auf jeden Fall, der Markt hält sich der Modus so ein wenig auf. Dazu schauen wir mal ganz kurz auf die Queues, auf den ETF, hier auf den Nasdaq 100. Es ist ganz interessant, dass wir hier jetzt den EMA 65, also die 5-Tage-Linie in der Lage sind, zurückzuerobern. Das haben wir geschafft. Und vor allem sehen wir auch dieser Flatout, beziehungsweise die jetzt wieder so marginal ansteigende 5-Tage-Linie. Das ist deswegen ganz interessant, weil das ein Indiz ist, dass jetzt durchschnittlich auf die letzten 5 Tage gesehen, vom, also nicht durchschnittlich bezahlten Preis, sondern bezogen eben auf die Tagesschlusskurse, dass wir hier offensichtlich erkennen können, dass die Bullen anfangen, die Kontrolle so ein bisschen zurückzuerobern. Wenn wir jetzt hier überlegen, die letzten 5 Tage zurückgehend, wir schneiden jetzt ab heute Dienstag, Mittwoch, also Dienstag ab mit dem heutigen Schlusskurs und dann ab morgen ist es dann Mittwoch, der abgeschnitten wird. Und das waren jeweils Tage, die bärisch sich präsentiert haben. Und wir sehen weiter, Käufer reinkommen, dann wäre das nicht nur eine Rückkehrung des EMA 65, also der 5-Tage-Linie, EMA 65 auf 30 Minuten Basis, sondern es wäre darüber hinausgehend auch ein Indiz dafür, dass diese Linie, diese 5-Tage-Linie, wieder beginnen würde zu steigen. Das wäre eine Unterstützung seitens der Tag-Titel, die sich da übrigens relativ stark präsentieren, in Relation zum S-Spider zum Beispiel, also zum S&P 500. Da sehen wir diese Aufhellung noch nicht, also Tag-Titel sowieso eher ein positiveres Bild, was sich gerade übergeordnet herauskristallisiert. Und das könnte, kommen wir nochmal zurück zu Zoom, genau diesen Rückenwind erstmal verleihen. Also das heißt, wenigstens den Test der 75 auf den Weg bringen. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und könnt heute dort in eurem Trading etwas draus machen, für die weiteren Stunden. Wir sehen uns morgen hier an dieser Stelle wieder. Happy Trading! Passt auf die Sobs auf, wir hören uns allen am Dienstag wieder. Habt euch wohl, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.